Heute machen Geld, das Geld bestellt. Was kostet die Welt? Was geht ab hier? Kennst du ja aus Dampstadt alle. Ja, normal. Aber Dampstadt geht nix ab, deswegen bin ich halt hier. Ja. Tote Hose. Oh, sie ist so horny. Fast so geile Mucki wie bei Lovegraver. Hier. Die 2 Meter große hat es im Griff in Dampstadt. Wie bitte? 2 Meter große hat es schon im Griff da. Wie heißt das? 2 Meter große? 2 Meter große? 2 Meter ist die große? Ja, es sind viele Polizisten. Die halten es relativ... Ich finde, die sind ein bisschen zu übermotiviert. Die machen immer nur die Ärmsten von Ärmsten. Die sind total übermotiviert. In Berlin würde ich dich einmal kontrollieren zwei Wochen. Nicht einmal kontrollieren. Hot like a rock, back there pussy. Wie heißt die Band wieder? 2 Life Crew. 2 Life Crew. Geil, Mann. Aus Amerika? Ja, aber schon 25 Jahre alt. Geil, 2 Life Crew. Sock dir mal ein 9 Euro Ticket und machen mal Tour in Deutschland mit mir. Wir machen eine Tour. Wir kommen nach Berlin, nach Hamburg, nach Hannover. Ja. Geil, Mann. Wir kommen nach hier. Das sind Leute hier zu euch. Komm her. Deine Band mehr, du. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Bitches Engages. Two Left Crew. I have a YouTube channel. TV Plaudze. Garde Videos gemacht, verloblich. Outro